Leute, wir sind einfach mal in einer der teuersten Hotel-Suites. Vier Zimmer, drei Badezimmer mit Küche und Balkon mit Blick über ganz Hamburg. Auf geht's! Und natürlich ein Küchler mit Blattgold. Was auch sonst. Kostet aber 7500 Euro die Nacht. Begehbar im Kleiderschrank gibt es natürlich auch, logisch. Mit hauseigenen Badematte. Ab Guckt euch das an. Mit extra Beleuchtung. Wenn ich diesen Knopf jetzt drücke, dann wird euch hier eine richtige Party. So, da geht ihr jetzt aber raus. Was ist das für ein geiles Badezimmer, bitte? Oh, ein bisschen Blattgold habe ich abbekommen hier. Das ist gut. Und ich will... Vielen Dank.